Der Hersteller Dreamy ist für seine funktions- und leistungsstarken Saug- und Wischroboter bekannt. Vorstellen möchten wir euch heute deshalb vier verschiedene Dreamy Saugroboter aus vier unterschiedlichen Preis- und Leistungsdaten. So sollte ein passender Saugroboter auch für euch und eure Ansprüche dabei sein. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Modelle kennenzulernen, vor allem das beliebteste Premium-Modell am Ende, welches euch wirklich die Sprache verschlagen wird. Alle Dreamy Saugroboter sind auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr euch also nach dem Video noch genauer zu einem der Modelle informieren oder einen der Saugroboter dort direkt bestellen wollt, könnt ihr das über diese Links am schnellsten tun. Lasst uns nun aber gleich mit dem eigentlichen Video und auch schon dem ersten Dreamy Saugroboter aus der Einsteigerklasse beginnen. Vorstellen möchten wir euch hier den Dreamy D10+. Das Modell ist für ca. 350 Euro erhältlich und ist der absolute Bestseller aus der Einsteigerklasse. Er kommt mit 4000 Pascal Saugleistung, womit das Modell auch zum Aufsaugen von härteren, gröberen und größeren Verschmutzungen geeignet ist. Er ist sowohl für die Reinigung von Hartböden aller Art und auch Teppichen geeignet. Hierbei kann das Modell durch die starke Leistung auch sehr tief in die Teppiche eindringen und auch harte Oberflächen sehr, sehr gründlich reinigen. Dank der automatischen Teppicherkennung kann das Modell auch die Saugleistung aufs Maximale hoch regulieren, sobald ihr auf einen Teppich rauf fährt. Mit der zusätzlichen Wischfunktion kann er vor allem Hartböden noch effizienter reinigen. Hier lässt sich zwischen drei Wasservolumenoptionen auswählen, um die perfekte Wassermenge auf die Reinigungsanforderung anzupassen. Angepasst werden kann dies unter anderem auch über die App des Herstellers. Hier lassen sich auch weitere Dinge einstellen, vorplanen und auch überwachen. Beispielsweise kann man hier auch die Kartierung des Saugroboters einsehen, der die Wohnung vermessen und optimale Reinigungspläne für diese erstellt hat. Die Reinigungsrouten kann man auch individuell anpassen und ändern, künstliche Grenzen wie virtuelle Wände einzeichnen oder auch No-Go-Bereiche einrichten. Auch hat man hier beispielsweise den Akkustand des Modells jederzeit im Blick und kann das Modell auch per Sprachsteuerung über das eigene Smartphone regulieren. Bei der Akkuleistung überzeugt das Modell ebenfalls in Gänze. Verbaut hat das Modell hier einen 5200 mAh Akku, welcher eine sehr hohe Leistung für eine kontinuierliche Reinigung bis zu 170 Minuten bietet. Damit kann das Modell Flächen bis 270 Quadratmeter reinigen, bis es dann wieder aufgeladen werden muss. Dies tut es in der Lade- und auch Absaugstation, die hier im Lieferumfang dabei ist. Diese besitzt auch nochmal einen 2,5 Liter großen Staub-Auffangbehälter, welcher den gesammelten Staub leise und präzise aus dem Saugroboter entleert. Die Entleerung des Roboters ist in nur 10 Sekunden abgeschlossen und sorgt dafür, dass man das Modell bis zu 45 Tage nicht warten muss, da dies alles von der Station übernommen wird. Nach ca. 45 Tagen ist auch der große 2,5 Liter Beutel einmal voll und man muss die Station dann entleeren. Ansonsten hat man hier wie gesagt vor allem auch in Kombination mit der App und Sprachsteuerung die maximale Freiheit und Flexibilität mit dem Dreamy D10+. Kein Wunder, dass das Modell auch bei den Kunden so beliebt ist. Es handelt sich hier nämlich wie gesagt auch gleichzeitig um das günstigste Modell im Vergleich. Alles weitere zu diesem Dreamy Saugroboter aus der Einsteigerklasse über den ersten Link in der Beschreibung. Bleibt aber auch unbedingt noch dran, denn drei weitere Dreamy Saugroboter möchten wir euch in diesem Video ja noch vorstellen. Als nächstes den beliebten Dreamy W10 Pro. Ein Saug- und Wischroboter mit ebenfalls 4000 Pascal Saugleistung aus dem Modelljahr 2022. Es handelt sich hier um die nächst größere Preis- und auch Leistungsstufe vom eben vorgestelltem D10+. Der W10 Pro, welcher im selben Jahr herausgekommen ist wie der D10+, hat dieselbe Saugleistung von 4000 Pascal und verfügt ebenfalls über eine Saug- als auch Wischfunktion. Dabei ist das Modell schon mal gänzlich anders aufgebaut. An der Unterseite des Modells befinden sich beim W10 Pro zwei sich sehr schnell rotierende Wischmobs. Diese drehen sich mit einer extremen Geschwindigkeit von 180 Umdrehungen die Minute und sorgen dafür, selbst hartnäckigste Verschmutzungen noch effizienter zu reinigen. Auch eine sich schnell rotierende Saugbürste ist dabei, die in Kombination mit der 4000 Pascal Saugleistung auch gröbste Körner selbst aus dickflorigen Teppichen aufsaugen kann. Dank der intelligenten Teppicherkennung kann das Modell die Saugleistung hochregulieren, sobald er auf den Teppich herauffährt, und kann auch die Wischleistung ausschalten, damit der Teppich hier nicht nass gemacht wird. Verbessert am Modell ist auch noch einmal die Navigation. Verwendet wird hier eine neuartige 3D-Kamera, welche in der Lage ist, Entfernungen noch präziser zu bestimmen. Sie kann bis zu 1,80 Meter hohe Hindernisse überwinden und wechselt auch dank des Ultraschalls den Reinigungsmodus, sobald wie gesagt ein Teppich erkannt ist. Auch die künstlichen Intelligenzen, die hier verbaut sind, sorgen für eine extrem starke Hinderniserkennung und Vermeidung, sowie auch eine noch präzisere Kartierung und Routenplanung. So wird eine immer effiziente Reinigung ermöglicht, da die Wohnung hier eben optimal abgefahren wird. Dank der ebenfalls verbesserten Akkuleistung von 6400 mAh sind hier noch größere Reinigungsflächen bis zu 300 Quadratmeter mit einer einzigen Ladung möglich. Und auch dieses Modell kommt natürlich wieder mit einer selbstreinigenden Basis. Ist das Modell voll oder ist der Akku leer, fährt er automatisch zu dieser Station zurück, kann sich aufladen lassen, den Staubbehälter entleeren und sogar auch sich die Wischmobs trocknen lassen. Dafür besitzt das Modell eine automatische Wischmob-Trocknung, die innerhalb von nur zwei Stunden absolviert ist, wodurch vor allem auch unangenehme Gerüche durch verbleibende Feuchtigkeit minimiert werden. Auch extra große Volumen der Wartungsstation, beispielsweise der 4,5 Liter Frischwasserbehälter, sorgen für eine noch wartungsärmere Benutzung dieses Saugroboters. Und zu guter Letzt hat das Modell auch noch eine spezielle Besonderheit, die einzigartig ist und das ist das D-förmige Design des Saugroboters, womit er auch extrem gut für die Kanten- und Eckenreinigung geeignet ist. Ein echt starkes Modell also mit vielen nützlichen Features, Funktionen und Daten. Wenn ihr euch nur noch weiter zum W10 Pro von Dreamy informieren oder dieses Modell bestellen wollt, könnt ihr dies direkt über den zweiten Link in der Beschreibung tun. Bleibt aber auch unbedingt noch dran, um die nächsten beiden Modelle aus dem Vergleich kennenzulernen. Eines der absoluten Topseller seit Jahren ist der L10S Ultra des Herstellers Dreamy. Dieses Modell kam im Jahr 2021 heraus und besticht immer noch durch seine extrem starken Daten und Funktionen. Erst einmal kommt dieses Modell mit einer 5300 Pascal Saugleistung sowie einer integrierten Wischfunktion. Er besitzt ebenfalls eine Gummi-Saugbürste, die auch vor allem bei größeren Teppichen härteste Verschmutzung heraussaugen kann und auch zwei sich um mit 180 Umdrehungen die Minute rotierende Wischmöppe. Damit vereint das Modell viele Funktionen der beiden zuerst vorgestellten Dreamy-Saugroboter. Mit 5300 Pascal hat es allerdings mehr Saugleistung und besitzt mit 210 Minuten sogar die beste Akkulaufzeit von den bisher vorgestellten Modellen. Und auch in der erweiterten AI und Laser-Navigation kann dieses Modell überzeugen. Mit der hochmodernen KI-Navigation wird auf eine RGB-Kamera und strukturiertes 3D-Licht zurückgegriffen, um sich zügig in dem Zuhause vertraut zu machen, Reinigungsstrategien anzupassen und auch je nach Art des Hindernisses, Boden und Raumes eine automatische Weg- und Reinigungsführung zu erzeugen. Mithilfe der schnellen Erstellung einer 3D-Karte des Zuhauses kann die Reinigung hier noch schneller durchgeführt werden und auch dieses Modell kommt natürlich mit der App-Steuerung, sodass man hier die Reinigungsrouten, die Kartierungen und auch alle weiteren Daten einsehen kann. Hier lassen sich dann auch individuelle Zeitpläne anpassen und das Modell ist natürlich ebenfalls teilweise per Alexa, Siri oder Google Home Assistant steuerbar. Wirklich überzeugend tut hier zudem noch die besonders geräumige Absaug- und Aufladestation. Diese besitzt mit dem 3 Liter Staubsammler, 2,5 Liter Frisch und 2,4 Liter Schmutzwassertank besonders große Kapazitäten, sodass diese noch seltener entleert werden muss. Auch hat diese eine automatische Wischmob-Trocknungsfunktion dabei und insgesamt besticht der Dreamy L10S Ultra durch die gesamt gesehen besten Funktionen. Die stärkste Leistung, 3,5 Stunden Laufzeit und alle modernen Sensoren und Features der Dreamy L10S Ultra ist eine echte Empfehlung unsererseits. Alles weitere zum Modell könnt ihr nun über den dritten Link in der Beschreibung erfahren. Es gibt allerdings noch ein Dreamy-Modell, welches eine noch stärkere Leistung und noch mehr Features verspricht. Es handelt sich hier um den Dreamy L20 Ultra Complete. Dieses Gerät aus dem Jahr 2023 ist das Flaggschiff-Modell des Herstellers Dreamy und nicht nur der beste Dreamy-Saugroboter auf dem Markt, sondern ein Modell, welches auch sämtliche andere Premium-Hersteller in den Schatten stellt. Er kommt mit einer extrem fortschrittlichen Vormax-Saugtechnologie, die es auf leistungsstarke 7000 Pascal Saugleistung bringt. Der absolut stärkste Wert im Vergleich. Beim Akku bietet uns das Modell durch sein 7400 mAh Modell eine durchgehende Saugzeit von 260 Minuten. Das sind über vier Stunden, die das Modell am Stück arbeiten kann. Dabei überzeugt das Modell durch vor allem auch spezielle Reinigungstechnologien. Dabei haben wir eine große Sauggummibürste und auch zwei sich sehr schnell rotierende Wischmöppe, die bei diesem Modell noch einmal überarbeitet wurden. Sie liegen nämlich noch weiter außen am Modell, womit sie eine noch bessere Kantenreinigung ermöglichen und können sich sogar auch leicht anheben, um auf Teppichen zu fahren. Auch gibt es hier eine Mob-Extend-Einheit, welche die Reichweite des Modells zudem vergrößert. Und auch bei der Navigation hat das Modell noch einmal eine Überarbeitung bekommen. Sie arbeitet mit der Pathfinder Smart Navigation, einer AI Action und einem 3D Structured Light Obstacle Avoidance System. Bedeutet, das Modell kann bis zu 55 Objektarten identifizieren und auch effizient umfahren. Auch die Algorithmen des Modells wurden auch nochmal aufgrund der ganzen Fahrdaten der Modelle von den Vorgängerjahren überarbeitet, sodass das Modell noch effizientere Routen abfahren kann. Weitere Features des Modells sind die LED-Beleuchtung, die Clean Genius Technology, was eine automatische Schmutzerkennung darstellt, die dafür sorgt, dass der Boden immer genau so lange und oft gewischt wird, bis er komplett sauber ist, sowie auch nochmal zusätzliche Funktionen und Features, die hier in der App eingestellt werden, beispielsweise verschiedene Reinigungszyklen und Modi, die man hier speziell für verschiedene Räume und Tageszeiten einstellen kann. Und auch die Wartungsstation wurde noch einmal umfassend überarbeitet. Neben der automatischen Leerung und dem automatischen Nachfüllen von Wasser, sowie auch der Aufladefunktion besitzt dieses Modell jetzt auch noch eine selbstreinigende Wischmob-Funktion, eine automatische Mob-Trocknung und auch automatische Reinigungsmittelzugabe. Somit wird die Wartung noch einmal vereinfacht, sodass man sich bis zu 75 Tage lang nicht um diese Station und das Modell kümmern muss. Die Kapazitäten sind mit dem 3,2 Liter Staubbeutel und dem bis zu 4,5 Liter Reinwasserbehälter besonders groß. Und die Mob-Reinigung und Trocknung sowie auch die Reinigungsmittelzugabe sorgen für eine noch bessere Hygiene und somit noch stärkere Reinigungsergebnisse. Wie gesagt, das absolute Top-Modell, welches in allen möglichen Werten und Funktionen auf Platz 1 ist. Wer das nötige Kleingeld hat und es auch für so ein Premium-Modell wie den Dreamy L20 Ultra ausgeben möchte, der kann sich nun über den vierten Link in der Videobeschreibung zu diesem Modell informieren und diesen Premium-Saugroboter dort auch sofort bestellen.